Weiter geht's mit Zerstörung, Chaos und was weiß ich noch alles. Ich glaube wir müssen noch ein paar Städte mal befreien. Hier unten haben wir auch gleich eins. Da gibt es auch was Schönes. Einen Hafen und eine Garage. Okay. Man schaltet ja bei manchen Städten immer irgendwas Spezielleres frei. Ja, gehen wir noch ein bisschen weiter rein. Fangen wir erst einmal, wenn schon da ist, fangen wir doch mal da mit an. herrlicher verstand verstärkung ist unterwegs kein problem da fliegt die hütte hoch die haben wahrscheinlich wieder alle wieder kacken oh ich habe mal Reboi getötet sorry das wollte ich nicht I'm sorry Wir schicken Verstärkung zu eurer Position Oh keine Granaten mehr Okay der Pumps hat für das auch gereicht schön eine Mission haben wir noch Oh ihr Penner sauberer Schuss sauberer Schuss oh 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 Dich wird niemand vermissen. Das weißt du doch gar nicht. Vielleicht hat er Frau und Kinder. Voll die Serienkiller. Oh, eins hält mir. Da habe ich gesammelt, ja. Oh, oh, oh. Es kommt nie mit. Bringen wir es hinter uns. Wir haben Feindkontakt. Alle verfügbaren Einheiten hierher. Zusätzliche Bodentruppen sind schon unterwegs zu euch. Bist. Ziel ist auf der Flucht. Sichtkontakt sofort wieder herstellen. Na, komm. Setz zurück. Suche abbrechen. Die Zielperson ist nicht mehr hier. Wieder was weg. Nieder mit dem General. Es lebe das Volk. Da da hinten. Ja, er hat ne Waffe, Leute. Mit was soll ich denn die sonst bekämpfen? Mit meinem Schuh? Hören sie auf? Ihr lebt wohl gern unter nem Diktator. Petra Regatta. Ach, ist ein Schiffsrennen. Blöd. Wahrscheinlich. Wir können uns ja mal angucken, was das ist. Fahre durch alle Kontrollpunkte und reiche das Ziel so schnell du kannst. Mäh, macht die Quests nicht so was. Da bin ich auch nicht gut. So, irgendwo auf dem Hügel hatte ich vorhin noch was gesehen. Das sah rot aus. Ach da. Gehen wir noch schnell mal zurück in die Polizeistation und laden mir nochmal meinen Raketenwerfer auf. Hallo meine Freunde. Es gibt gute Nachrichten. General Di Ravellos Truppen wurden aus dem schönen Städtchen Babica vertrieben. Aber unser Kampf geht weiter. Hey Rico, du bist mein Held. Vielen Dank, vielen Dank. Pass doch auf. So, auf den Hügel. Und das Klang? Na. Aber das hat erreicht, so. die wollen mich hier wohl nicht alle einheiten klare anzeichen von gewaltausschreitungen ich bin sowas von die zentrale zusätzliche einheiten sind schon unterwegs sich kontakt verloren alle mann ausschweren ein benzintag weniger ein problem weniger das ging fix ganz viel munition ist schön ich möchte jetzt noch ein bisschen chaos das war nehmen wir den doch mal mit warum soll ich bremsen ich bin hier zentrale was ist da draußen los bitte kommen warum stehen die mitten noch im rebeugengebiet drin wie ist die lage bitte kommen heilige scheiße ich muss da jetzt irgendwie über die über die synchronisation ich muss mich aufdrängen oder wie mit deinem Pupsroller er hatte keine chance alle einheiten hierher ich wiederhole alle einheiten hierher verstanden wir schicken zusätzliche einheiten zu eurer position kommuniziert jetzt mal ihr Mistkerle hier zentrale unterstützung ist unterwegs zu euch hier zentrale anfrage erhalten verstärkung ist unterwegs das sollte ich vielleicht lieber lassen was sonst geht es eigentlich gut ja kommt alle her die lage ist eskaliert zusätzliche einheiten sind unterwegs ja ich habe ihn gewonnen ich bin hier ich bin hier wo sind schon wir haben den auf Oh Gott, die ganzen Wände einschießen. Oh, wieder mal Blocks 1. Olle weg. Was ist denn das andere Tor? Und los geht's. Feinkontakt. Alle Einheiten zu diesen Koordinaten. Sofort. An alle Einheiten. Finde den Rebell. Verfolgung aufnehmen. Aber Kron klingt ja nicht so, wenn ihr hier von der Stimme herrscht. Soll ich sagen, so ein bisschen latino mässig. So, meine Stadt. Seitenstraße Sprint. Diese Stadt. Gehört jetzt wieder dem Volk. So, den Panzer lassen wir jetzt mal. Haben wir noch irgendwas kleines? Was kriegen wir, wenn wir da? Auch wieder eine Garage und neue Herausforderungen. Aber ich vermute. Macht mehr Sinn, wenn wir das hier einnehmen. Ähm, Wegpunkt da. Ja, mit sich selber. Ach, da oben haben wir auch noch was. Oh, Heli. Wie macht er das? Sieht mal da oben. Legen Sie weiter, Rico. Wow, das ist aufregend. Die Ravelos-Männer wurden aus Alberto Pero vertrieben. Viva la Revolucion. Ich möchte ein Heli. Na komm, Heli. Shit. Ja, was war das denn jetzt? Nein, ich nehme lieber deinen. Der nächste, bitte. Verstärkung ist unterwegs. Durchhalten, Boden-Team. Ich bin nicht mal ins Schwitzen gekommen. Na dann, direkt weiter. Sie befinden sich auf Sperrgebiet. Verschwinden Sie! Nix da. Wir schicken ein Helikopter ins Zielgebiet. Bringen wir es hinter uns. Und tschüss. Schockierend. Luftunterstützung ist unterwegs. Wir Zentrale, wir schicken Bodentruppen zu eurer Position. Zusätzliche Truppen sind unterwegs. Er ist unter uns. Wie schön, dass die mir immer so schnell Nachschub schicken. Suchprotokoll einleiten. Findet ihn, so schnell es geht. Jetzt donnert's gleich. Panzer. Warum ausgerechnet Panzer? Rico, wir haben Bodentruppen zur Unterstützung. Bereite Ihre Ankunft vor. Wie mach ich das? Ah, Sniper. Bodenunterstützung verfügbar, Rico. Ist das Gebiet bereit? Juhu! Wow, Panzer freigeschaltet zum Abwurf. Juhu! Häufeldexplosion. Panzerwahnsinn. Sechs von neun Provinzen sind vielleicht. Schon. Das geht ziemlich schnell. Das geht ziemlich schnell. Das geht doch gar nicht mehr. Dann nehmen wir in der nächsten Folge noch ein bisschen was ein. Bis dann!